Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Marikas Kreativstube und ich möchte mit euch heute gerne eine Pop-Up-Ziehkarte herstellen. Die habe ich am Sonntag schon in einer anderen Form beim Blockhop vom Stempelzeit Kreativteam vorgestellt und dann habe ich die noch einmal gebastelt und zwar mit den neuen In-Color-Farben Hummelgelb und Zimtbraun. Das ist einfach eine Klappkarte, die sich nach oben öffnen lässt, ein Ziehmechanismus, wenn ich daran ziehe, dann öffnet sich mein zweiter Teil vom Gruß, also mein Gartentor stellt sich auf. Der erste Teil heißt Beste Wünsche, zum Geburtstag alles Glück der Welt und hier hinten habe ich dann auch noch mal so ein bisschen gestempelt und wie die Karte gewerkelt wird, das möchte ich euch gern zeigen. Ich habe auch mit dem neuen Designpapier schon gearbeitet, weil ich hier vorne einfach nicht unbedingt nur so einfachen Farbkarton haben wollte, aber da Designpapier auch ein bisschen was dünner ist, habe ich dem nicht getraut und habe das mit Vanille pur unterlegt. Verwendet habe ich das Stempelset Geheimnisvoller Garten, zu dem es dann auch die Stanzformen Gartentor gibt. Also das ist ein so schönes Stempelset, ich finde das deswegen so schön, weil es eigentlich bis auf die Sprüche jedes Teil auszustanzen ist und dann auch wirklich dieses kleine Vöglein. Die Sprüche finde ich auch total schön, habe ich auch in der ersten Karte verwendet, ich zeige sie euch mal gerade. Meine Tür steht dir immer offen und Freunde sind die Blumen im Garten des Lebens. Auch hier habe ich alles ausgestanzt, allerdings wollte ich jetzt eine Geburtstagskarte machen, deswegen eben auch ein Geburtstagsgruß. Und da habe ich auf das Stempelset Schmetterlingsglück zurückgegriffen, da gibt es eben zum Geburtstag alles Glück der Welt und es startet mit dem Spruch beste Wünsche. So, was ihr dann alles so braucht, ich habe ja hier das Tor auch noch offen gelassen auf einer Seite, das habe ich hier bei dieser Karte auch nicht gemacht, jedenfalls finde ich das noch so ein bisschen pfiffig. Und mein Vöglein, habt ihr das schon gesehen? Ich finde das ja ganz apart und die kleine Katze liegt vor dem Gartenzaun auf der Lauer. Was ihr alles benötigt, um diese Karte auch herzustellen, das erzähle ich euch jetzt. Ich arbeite diese Karte in den zwei neuen Inkala-Farben Hummelgelb und Zimtbraun. Dazu gibt es jetzt auch schon das wunderbar passende Designpapier. Da blätter ich mal ganz kurz mit euch durch. Die anderen neuen Inkala-Farben heißen Aventurin, ist das grün. Dann ist das ein Abendblau und ein Magenta-Rot. Das ist wirklich eine grelle Farbe. Hier ist zum Beispiel ein Designpapier mit diesem Magenta-Rot. Hat aber was. Was mich an diesem Designpapier wirklich auch begeistert ist, da gibt es schon einige Seiten, die sich für Weihnachten eignen. So sehen die Seiten aus. Und ich habe, wie gesagt, Hummelgelb gewählt. Da habe ich einen DIN A4-Bogen bei 10,5 geschnitten, bei 14,85 gefalzt, Vanillepur als Innenteil. Und da war noch so ein Streifen Designpapier übrig, was ich aus dem neuen Paket Blumen für jede Jahreszeit herausgesucht habe. Und die erste Mattung ist dann in Zimtbraun, die ich auch gleich aufklebe. Und dann kann nämlich die Grundkarte schon zur Seite. Ihr habt hier schon bestimmt gesehen, dass ich da einiges an Markierungen aufgemalt habe. Die sind aber jetzt, durch das ich diese Seite aufgeklebt habe, natürlich verschwunden. Wunderbar. Also können wir unsere Grundkarte zur Seite legen. Da ich das Oberteil gerne mit diesem Designpapier versehen haben wollte, habe ich das Ganze auf ein Vanillepur-Farbkarton aufgeklebt. Ich wusste, oder ich habe mich nicht getraut, den Ziehmechanismus einem Designpapier zu überlassen, denn das ist ja doch recht dünn. Dann habe ich also mein Designpapier auf Vanillepur aufgeklebt und das Ganze dann zugeschnitten in dem Maß 13,85 mal 9,5. Den müssen wir jetzt auch zuschneiden, damit unsere Technik funktioniert. Ich habe mir hier meine Box unter mein Schneidbrett gelegt, damit ihr jetzt beim Zuschneiden nicht geblendet werdet. Ich lege mein Designpapier an der rechten Seite bei 2 cm an und beginne hier bei 2 cm, oder ich kann auch in der Mitte anfangen, ich lege also meine Schneidlinge in die Mitte an und schneide nach oben bis 2 cm und nach unten bis 11,85. Dann wende ich mein Designpapier, sodass ich meinen Farbkarton wieder hier an der rechten Seite bei 2 cm anlege, mit meiner Klinge wieder nach oben bei 2 cm aufhöre und nach unten fahre bis 11,85. Dann lege ich meinen Farbkarton mit der langen Seite an und das auch bei 2 cm jetzt auf der linken Seite und schneide hier von dieser Schneidrille bis zu der Schneidrille diese Lasche auf, drehe meinen Farbkarton, lege ihn wieder bei 2 cm an und jetzt, Mädels, nehmt die Schneidklinge weg. Mir ist es also passiert, dass ich dann nicht gefalzt, sondern geschnitten habe. Und wir falzen jetzt zwischen diesen beiden Schneidlinien unseren Farbkarton. Dann schiebe ich, na komm schon, den Farbkarton weiter herüber bis 7 cm und falze wieder meinen Farbkarton nur zwischen den 2 Schneidlinien. Und zum Schluss fahre ich herüber bis 10,85 und falze das letzte Mal. Diese krummen Zahlen ergeben sich aus dem, dass ich kein Verschnitt habe und praktisch mit diesen krummen Werten arbeite, die entstehen, wenn ich meinen Farbkarton DIN A4 komplett ausnutze. Das war es schon für mein Schneidbrett. Und dann kann ich das Ganze schon mal falzen, indem und jetzt nehme ich ein Linear zur Unterstützung, weil ich ja doch einen recht dicken Karton jetzt habe. Dann falze ich einmal nach oben die mittlere fahrefalls knicke ich nach unten und ganz zum Schluss hier unten diesen einen Zentimeter um. So haben wir jetzt eine solche Form. So sieht das Ganze dann aus. So wünsche ich mir das. Dann habe ich einmal einen Farbkarton in Vanille Pur mit dem Spruch aus dem Stempelset Schmetterlingsglück zum Geburtstag Alles Glück der Welt. Den habe ich im unteren Teil bestempelt und habe noch einen kleinen Schmetterling dazu gestempelt. Der wird hier hineingeklebt. Weiterhin brauche ich für meinen Ziehmechanismus einen Streifen im Maße 5,5 x 12 cm auf den ich ebenfalls Farbkarton in Vanille Pur aufgeklebt habe. Das Ganze habe ich dann in die Stanze gewählte Anhänger hineingeschoben. Da muss man so ein bisschen tricksen, dass man da die Mitte trifft und habe eine Seite gestanzt. Das wird hier jetzt auf meine 1 cm Klebelasche aufgeklebt, sodass beides gut abschließt. Und zwar nur dieser eine Zentimeter. Und schon haben wir unseren Ziehmechanismus fertig. Ihr habt gesehen, dass ich meinen Ziehmechanismus ebenfalls mit einem Stempel versehen habe. Der taucht dann auf, wenn man die Karte komplett zurückzieht. Jetzt haben wir unseren Mechanismus im Grunde genommen schon fertig. Jetzt lege ich mir das Ganze auf meine Grundkarte, ziehe meinen Mechanismus mal heraus. Da hinein kommt dann mein Etikett mit dem Spruch, der auftauchen soll, wenn ich den Ziehmechanismus anwende. Ich lege jetzt mein Designpapier auf die Karte auf und mache mir eine Markierung des Fensters, wo mein Farbkarton mit meinem Spruch aufgeklebt werden muss. So klebe ich den jetzt hinein und kann nun mein Designpapier mit dem Ziehmechanismus aufkleben. So klappt das. Ihr müsst bitte daran denken, dass ihr dann jetzt nur hier auf der Seite einen Kleber aufbringen dürft. Es muss aber doch eine Festigkeit besitzen, damit eben beim Ziehen der Farbkarton oben auf sich nicht lösen kann. So klebe ich das jetzt auf mein Designpapier auf. So ist es dann, wenn die Karte komplett verschlossen ist und natürlich ist dann unser Ziehmechanismus verschwunden. Deswegen ziehen wir ihn hier ein bisschen hoch und bringen dort ein passendes Bändchen als Ziehelement an, da ist jetzt zu den neuen Inkalas noch kein Bändchen gibt, habe ich auf ein kupferfarbenes Band zurückgegriffen, was es heute leider nicht mehr zu bestellen gibt und mache da ganz einfach nur ein Knötchen hinein. So ist jetzt die Karte soweit vorbereitet und jetzt geht es um den Aufleger vorne. Dazu habe ich einen Farbkarton in Vanille Pur in dem Maße 8x11 zugeschnitten und dann habe ich mir hier oben also irgendetwas rundes mit dem ihr das anzeichnen könnt, den Bogen ausgeschnitten. Dann habe ich den Farbkarton mit der 3D Prägeform Mauerwerk geprägt und darauf setze ich jetzt das ausgestanzte Gartentor das habe ich durchgeschnitten in der Mitte hier damit 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 ich bogen bogen unten auf und kann ihn jetzt festkleben so sieht das Ganze dann aus wir ziehen uns das so jetzt mache ich es nochmal zu wenn ich jetzt an meinem Ziehmechanismus ziehe stellt sich das Tor auf und es kommt der schöne Spruch zum Vorschein Soweit ist meine Karte dann fertig für die Dekoration und zwar habe ich hier in der Mitte ja mein Tor hätte ein bisschen weiter nach links rüber gekonnt seid mir jetzt nicht böse wir kleben jetzt noch den Start meines Spruches also der erste Teil den kleben wir jetzt frech wie wir sind doch in unser schiefes Tor hinein und dann sieht die Karte praktisch wenn sie geschlossen ist so aus mit den besten Wünschen starten wir ich ziehe die Karte auf und beende meinen Gruß zum Geburtstag alles Glück der Welt so nun haben wir noch unser Beiwerk das habe ich gestempelt koloriert und ausgestanzt und das können wir jetzt in unsere Karte einpflegen da ist das süße Kätzchen und das kleine Vöglein das kleine Vöglein da möchte ich mit starten das setze ich hier auf mein Gartenzaun da brauche ich ja jetzt wirklich nicht viel Kleber auf die Spitze von meinem Gartenzaun so dann setze ich hier mein Kätzchen auf ich ziehe gerade nochmal sieht doch putzig aus finde ich und jetzt geht es dann noch um die Dekoration an sich bei den beiden Teilen möchte ich gerne Dimensionals unterlegen denn da wird der Mechanismus so ein wenig hineinfahren herausfahren aber eben nur auf dem unteren Teil setze ich die Blüten auf so ist dann diese Schnittkante verdeckt die anderen zwei Blüten die setze ich links und rechts auf mein Tor auf das direkt so direkt hier dran habe ich hier auch die Blüten angebracht links und rechts von meinem Tor dann schließe ich die ganze Karte und muss so ein bisschen schauen wie ich jetzt auch die Blüten so ein bisschen aus gerichtet bekomme so sieht unsere Karte aus wenn sie fertig ist mit den besten Wünschen zum Geburtstag alles Glück der Welt und wenn ich es noch weiter aus ziehe kommt hier oben auch noch eine Kleinigkeit heraus schiebt sich mit dem schieben da muss ich hier so ein bisschen die Blüten anheben dass sich mein Schiebemechanismus unter diese Blüten schiebt das Ganze noch einmal geschlossen ist das dann so bringe jetzt noch zwei drei Straßsteinchen auf so ist nun eine farbenprächtige Pop-up Ziehkarte entstanden ab what we say it's na K rabbits our way Bis zum nächsten Mal.